moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal willkommen zu einer neuen vorstellung eines jack wolf knifes modell ja es ist tatsächlich jetzt wieder zwei monate im letzten monat ist nichts erschienen davor hatten wir ja den front flipper mit dem bolster lock sehr coole neuerungen mal was ganz anderes auch wenn das design natürlich das gleiche war aber mal als einhänder verriegelnd mit einer ziemlich coolen action das hatten wir vorher noch nicht jetzt sind wir bei einem pattern angelangt dass es schon gab von jack wolf knifes nämlich das swayback jack beziehungsweise in dem fall beim benjamin natürlich das laidback jack also ein swayback pattern und wie immer bei benjamin und jack wolf knifes ist es eine modern interpretation of timeless design wie die box auch immer stolz verkündet wie immer wurden die modelle mir leihweise von tools for gems zur verfügung gestellt ganz lieber groß raus an richie und dennis das hat wie immer einwandfrei funktioniert und ja ich habe vier verschiedene die ich euch zeigen kann das ist soweit mir bekannt ist die komplette range der aktuellen modelle und ja im großen und ganzen beschreitet benjamin hier diesmal einen neuen weg vor allem was die griff materialien angeht also da ist ein bisschen variation reingekommen was wir vorher in dieser form noch nicht hatten dürfte also gespannt sein wie immer möchte ich mit euch eins der modelle an boxen deswegen habe ich eins hier original verpackt auf dem tisch gelassen die anderen liegen hier schon rechts von mir bereit dass ich die dann gleich zum vergleich ran holen kann also schauen wir uns das ganze mal an ich schaue ich zeige euch jetzt nicht das etikett denn das soll eine kleine überraschung bleiben was beim auspacken direkt auffällt ist das sehr coole sehr bunte design ja aufgrund der aktuellen lage auf maui ist das natürlich ja fast schon ein bisschen tragisch mit den verheerenden bränden die da gerade passiert sind stand heute freitag der tag an dem das messer auch online gehen wird sind über 50 tote zu beklagen das ist natürlich maximal bitter ja weiß man gar nicht was man da noch zu sagen soll die situation auf unserem planeten verschlimmert sich von jahr zu jahr und wir müssen irgendwie gucken dass wir das in den griff kriegen ja es gibt einen neuen designer es tut mir leid ich habe den namen gerade tatsächlich nicht mehr parat also wir haben tatsächlich jetzt einen neuen designer für die tubes vielleicht steht hier noch mit drauf ich muss an der kamera vorbeigucken jay gonzo jawohl da ist es doch also wir haben hier tatsächlich einen neuen designer ich finde es gelungen definitiv ich mag die farben und bei einem modell wird sich das hier auch ordentlich widerspiegeln ganz cool ich mag auch die schrifttype das gefällt mir alles sehr gut trifft so ein bisschen den charakter des laid back swayback ist ja eigentlich dass das hohlkreuz wie man das zum beispiel bei einem alten durchgerittenen pferd kennt warum der name hier so treffend ist das sehen wir natürlich dann gleich auch beim modell so pork wie immer das wiederholt natürlich das motiv in dem fall ist es der jack wolf der in der hängematte liegt eingeschlagen diesmal dann in ein hellgrünes mikrofasertuch das messer diese diese envelope faltweise wickelweise finde ich immer noch ziemlich ziemlich geil der sticker ja so ein bisschen bisschen maori style angelehnt so ein bisschen tiki mag ich auch gefällt mir auch sehr gut wie immer natürlich auch die leatherslip ich benutze die ja mit dem bennys clip schon eine ganze weile und da hat sich auch bestätigt was ich anfangs schon vermutet habe die lederqualität ist wirklich wirklich toll also hier definitiv wieder volle punktzahle 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 für das drumherum das gefällt mir ausgesprochen gut ja wir sprechen nach wie vor von einem prämie premium produkt also kann man auch ein bisschen was erwarten aber hier macht benjamin definitiv alles richtig so und da kommt das messerchen zum vorschein und ja den meisten wird jetzt schon auffallen wir haben zum ersten mal eine voll titan konstruktion natürlich ist das messer jetzt wieder ein slip joint im vergleich zu den ersten laidback haben wir nicht mehr den böler m390 sondern wir haben hier den s90v wie seit der zweiten serie bei bisher allen modellen die verarbeitungsqualität ist nach wie vor unfassbar gut also das ist tatsächlich eine 10 von 10 was die verarbeitung angeht pull locker bei einer sieben vielleicht sogar siebeneinhalb bis acht das ist großartig eine wunderschöne warncliffe klinge und das hier ist natürlich der swayback ja diese diese leicht ausgehöhlte tropfenform des griffs handlage meiner meinung nach absolut top für so ein relativ kompaktes taschenmesser wir haben wie immer die längs satinierung wir haben den hohlschliff an der klinge durch den hohlschliff steht natürlich so eine kleine schulter hinter der phase ich meine dass andere modelle schon mal dünner ausgeschliffen waren als das jetzt schwer zu schätzen ich würde sagen das bewegt sich um 0,3 durch diese kleine schulter irgendwie so in dem bereich 0,3 3 0,3 bis 0,3 3 aber das ist jetzt nur eine vermutung das werden andere dann nachgemessen haben und können das wahrscheinlich dann auch besser in zahlen verpacken wie immer nagelhau und swedge auch das gefällt mir sehr gut bei dieser klingen form ist das mit der swedge natürlich nicht ganz so leicht die wirkt nicht ganz so dramatisch wie zum beispiel beim bennys ansonsten wie immer jack wolf hier auf dem ricasso und auf der anderen seite die stahlbezeichnung s 90 v ansonsten jigged titanium das ist eine sache die mir ausgesprochen gut gefällt jigged bone jigged titanium jigged bone kann man natürlich auch toll imitieren mit modernen materialien mit kunstmaterialien die da nicht tierischen ursprungs sind finde ich finde ich klasse dass es heute diese möglichkeit gibt dreifach flutet das gefällt mir auch richtig gut vorne wie immer ja angefasst chamfert auch das ist schön der übergang von der rückenfeder zur klinge ist nahezu perfekt spürt man nur winzig winzig kleinen spalt beziehungsweise winzig kleinen übergang spalt ist es ja nicht wie ihr sehen könnt ja all das hervorragend verarbeitet angepasst die schrauben sind schön eingelassen das ist wieder titan hardware alles in allem wirklich ein wunderschönes taschenmesser in der voll titan ausführung wirkt es relativ massiv und schwer auch wenn es verhältnismäßig kompakt ist ich lege das bennys jetzt mal einfach dazu dann haben wir direkt den ersten größenvergleich mit einem modell aus gleichem haus da können wir schon sehen dass bennys ist dann tatsächlich ein stückchen größer wirkt auch wuchtiger auch wenn ich es dann auf die andere seite lege ihr wisst winkel und so weiter sieht man deutlich dass das bennys doch eine ganze nummer größer ist ich habe noch ein paar andere taschenmesser zum vergleich hergeholt ganz aktuell mein favorit auch voll titan ausführung ist das bär beschrieben bexar von zack teil knife da sehen wir das ist sehr sehr ähnlich was die größe angeht wenige millimeter bei griff und bei klinge unterschied natürlich noch mal ein ganz stück dünner aber sehr ähnlich was die gesamte größe angeht ganz neu am markt wäre ja zum beispiel das real steel real barlow in der größe auch definitiv vergleichbar könnt ihr schon sehen durch den durch die montage des clips und die nach hinten breiter werdenden griffschalen baut das natürlich ein ganz klein bisschen mehr auf aber alles in allem auch eine sehr vergleichbare größe von taschenmesser etwas das schon länger am markt es wäre zum beispiel das lion steel best man auch modern traditional auch eine sehr vergleichbare größe alles in allem hier zwei millimeter mehr vielleicht bei griff und bei klinge aber auch definitiv eine vergleichbare größe und auch ein vergleichbares gewicht da habt ihr vielleicht jetzt mal einen guten eindruck bekommen in welcher größen kategorie das messerchen spielt ich nehme noch das viper hug dazu einfach weil es ja vielleicht mein all time favorite slip joint ist das ist dann aber tatsächlich auch wieder ein ganzes stück größer als das laid back jack ja jickt titanium fühlt sich gut an ist in dem fall auch noch ich würde sagen glasperl gestrahlt vom gefühl her hat also ein ganz klein bisschen diese diese reef anmutung nicht ganz so rau wie ein fabrikneues chris reef aber ähnlich samtig in der hand wie gesagt handlage ist tippitoppi da gibt es nichts auszusetzen könntet ihr auch in den reverse grip nehmen falls ihr mal irgendwie in anführungszeichen power cut macht irgendwie beim schnitzen oder so wobei das bei einem slip joint natürlich dann immer auch eine winzig kleine frage der sicherheit ist würde ich mal sagen aber auch das definitiv möglich also reverse grip geht auch hier ja also das auch für für größere hände definitiv egal wie ihr es greift das funktioniert schon irgendwie insgesamt was die größe angeht haben wir eine klingenlänge von 7,1 also 71 mm scharf davon und das ist ja bei der warncliffe klinge schön zu messen sind 62 63 mm und wir haben eine gesamtlänge von 16,4 16,5 was in einer geschlossenen länge von ja 9,2 9,3 zentimetern resultiert also deutlich kleiner als die sehr beliebte vier zoll taschenmesser größe ich habe es jetzt nicht umgerechnet aber da habt ihr ungefähr einen eindruck davon was euch hier grösentechnisch erwartet ja wer sagt das jig titanium das ist mir ein bisschen zu wild ein bisschen zu aufgeregt der kann beruhigt sein es gibt eine smooth titanium variante auch die gefällt mir ausgesprochen gut und die ist natürlich gerade für leute die sagen ich will mir so ein messerchen personalisieren ist das wieder die berühmte blank canvas also die die unbemalte leinwand die unbeschriebene seite da könnt ihr natürlich euch richtig austoben was fräsungen angeht was farben angeht etc pp also da kann ich mir schon vorstellen dass wieder der ein oder andere mit einem mit sehr tollen ideen um die ecke kommt es gibt ja ein paar tolle pattern die sich da die sich dafür einfräsen lassen da wird sicherlich der ein oder andere auf eine richtig gute idee kommen da mache ich mir überhaupt keine sorgen da werden wir schon online das ein oder andere präsentiert bekommen ja ich habe eben gesagt es gibt ein modell das ein bisschen farblich ganz gut zum design der tube passt und das ist diesmal wirklich außergewöhnlich denn mit dem modell einher geht eine schwarze klinge und eine schwarze hardware wir haben kiri night in der variante purple wave das ist dann vielleicht auch das messer was am besten zu dieser serie und zu diesem artwork passt keine ahnung ob das dann auch der bestseller wird das griff material natürlich super shiny super glossy mir persönlich gefällt es tatsächlich sehr gut ich mag beschichtete klingen überhaupt nicht aber hier ist halt das gesamtkonzept einfach super stimmig war noch ein tröpfchen öl müssen wir ein bisschen verreiben also die insgesamt sind die features natürlich die gleichen wie bei dem anderen messer aber hier haben wir dann erstmals ja so eine so eine blacked out variante mit diesem super interessanten wunderschönen lila also purple griff material gefällt mir auch tatsächlich richtig richtig gut wenn die klinge jetzt statt komplett beschichtet zu sein vielleicht einfach nur black washed wäre wird mir das vielleicht sogar noch ein hauch besser gefallen insgesamt ist dann halt meiner meinung nach etwas weniger anfällig das ist der grund insgesamt aber auch wirklich ein cooles cooles material wir haben eins dabei was vielleicht am wenigsten überraschend ist wir haben wieder ein fett kamen und zwar lava flow auch wieder ja auch ein tolles zeug hier ist natürlich wieder das problem dass ich diese diese tiefe und dieser schimmer über die kamera nur sehr sehr schwer einfangen lassen ich hoffe ein bisschen gelingt mir das einfach auch ein tolles tolles material und ich finde auch hier sehr sehr passend dass dann titan und klinge also im standard verfahren hergestellt wurden also blastet was die bolster angeht und die klinge dann ganz normal satiniert wobei wir haben auch einen kleinen unterschied hier haben wir diese längsatinierung hier haben eine quersatinierung fällt mir gerade auf also gibt es tatsächlich noch einen kleinen unterschied zwischen diesen beiden titan modellen da oben ja und wir haben eins das ist dann tatsächlich gar nicht so model materials also zumindest zum teil wie es auf der box steht wir haben nämlich erstmals wenn ich das richtig in erinnerung habe ein modell mit einer holz beschalung es ist ein rosewood ja nagelt mich ans kreuz wenn ich jetzt quatsch erzähle aber rosewood gehört glaube ich zu den packer hölzern hat immer so leicht rötlichen schimmer ja eine sehr schöne maserung wie ich finde ist jetzt nicht das allerschönste stück holz was ich jemals gesehen habe bei holz bin ich ja immer noch so ein bisschen fan des des wüsteneisenholz aber auch das passt meiner meinung nach richtig richtig gut wer also auf der suche ist nach einem jack wolf knifes modell das tatsächlich mal ein ganz klein bisschen klassischer daher kommt der könnte tatsächlich diesmal zu den holzgriff schalen greifen steht dem messer meiner meinung nach auch richtig gut wäre nicht meine wahl da bin ich auch ehrlich aber meiner meinung nach funktioniert es auf jeden fall habe ich einen favoriten unter denen ja habe ich tatsächlich für mich macht das jickt titanium also das gefällt mir ganz besonders gut das war auch nicht ohne grund dass was ich dann hier voll auf einer kamera mit euch ausgepackt habe gefällt mir richtig richtig gut ja an zweiter stelle wird es dann schon schwierig da sind diese drei hier nahezu gleich auf vielleicht haben die zwei dann noch ein ganz klein bisschen die nase vorn allein wegen der komplett schwarzen klinge wie gesagt nicht 100 prozent mein geschmack und leider ist dann das holz ja auf dem in anführungszeichen letzten platz nach wie vor ein richtig cooles taschenmesser ich wirklich froh wäre es besitzen zu können allerdings von den fünfen halt nicht mein favorit ja wird mich mal interessieren was ist euer favorit steht ihr auf die schwarze klinge sagt ihr full titanium ist diesmal tatsächlich der weg den man gehen sollte für mich ist es das full titanium diesmal wobei das lava flow in realität auch wieder so fast hypnotisch cool ist er hat das ist dass es fast schon weh tut auf jeden fall wieder coole coole griffmaterialien coole ideen schön dass es weitergeht bei jack wolf knifes schön dass es immer noch was neues gibt was man ausprobieren kann in dem fall sind einfach mal wieder neue griffmaterialien oder einfach mal eine komplett neue optik wie bei diesem modell finde ich richtig richtig cool benjamin gehen die ideen nicht aus das freut mich sehr ich bin wirklich gespannt was da noch kommt wir werden jetzt natürlich mit und mit neu auflagen der schon bestehenden messer erleben das ist natürlich auch spannend zu sehen mit was man da noch aufwarten kann vielleicht kriegen wir irgendwann auch noch mal einen anderen stahl vielleicht gibt es dann irgendwann noch eine variante in magna cut oder weiß der geier warnachs oder irgendwas wäre natürlich auch richtig geil aber fürs erste sind halt andere griffmaterialien und erstmals halt auch diese full tie varianten und mit denen fangen wir jetzt auch mal an was das gewicht angeht das jig 72,1 gramm ja jungs für ein full tie taschenmesser einfachen top wert plane 75,2 natürlich da hast du nichts ausgefräst weggefräst weg gemeißelt wie auch immer das kirinite kommt 63,6 also im vergleich dann tatsächlich ein leichtgewicht lava flow 67,8 bewegt sich irgendwo in der mitte und das rosewood fühlt sich für mich relativ leicht an ja 63,3 das ist dann auch die bestätigung also haben wir hier tatsächlich wieder wirkliche leichtgewichte zwischen ich sag mal 63 und 72 gramm gewicht wieder mal eine richtig coole serie von taschenmessern aus der feder aus der ideenschmiede jack wolf knifes auch hier wieder ein bisschen öl drauf ja ist ja schön dass es drin ist ne fühlen sich übrigens alle wieder hervorragend an bei pull sowohl beim öffnen als auch beim schließen toller walk and talk es sind alle super zentriert ich halte euch das noch mal hier in die kamera einfach wahllos zwei gegriffen da ist wieder eins wie das andere die qualität ist absolut absolut top notch das kann ich euch versprechen wenn ihr euch für ein jack wolf knifes modell entscheidet qualitätsprobleme wird es hier definitiv nicht geben ja schon wieder ein ellenlanges video geworden ich hoffe ihr hattet freude dran verkaufsstart dürft ihr wie immer heute freitag 11 august 18 uhr oder 18 uhr 30 sein ich muss da gleich noch mal nachschauen ich werde das video auf jeden fall so timen dass es mit dem verkaufsstart auch online geht diesmal nicht als premiere weil ich wahrscheinlich nicht schaffen werde zum start des videos auch zu hause zu sein und was nützt eine premiere mit live chat wenn ich den live chat nicht begleiten kann also es wäre schade drum deswegen geht das video als ganz normales video online ich hoffe dass ich es noch schaffe vor dem wochenende die messe auch dem dennis zurück zu schicken ansonsten sind die natürlich montag direkt in der post ist ja selbstverständlich in diesem sinne euch allen vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch einen schönen tag einen schönen abend wann immer ihr das video schaut wenn ihr bei der veröffentlichung direkt dabei wart schönen abend und ein schönes wochenende ja die messe kriegen wie immer von mir eine absolute empfehlung ich mag die mit einem slip joint mit modernen materialien rennst du bei mir offene türen ein ich glaube das weiß mittlerweile jeder von daher einfach schön jetzt nach nach einem monat ohne veröffentlichung mal wieder eins von benjamins messern in den händen halten zu können und euch was neues präsentieren zu können in diesem sinne wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye bye